Herzlich Willkommen zur Modenschau der Schlossbergschule. Eine Modenschau unter dem Motto Ich bin ich. Ja, wieso ich bin ich? Einzigartige und individuelle Moden wollen wir euch präsentieren. Genauso einzigartig, wie nämlich jeder von euch sein Fingerabdruck ist. Keiner ist gleich wie der andere. Darum möchten wir den Anbauern das Motto stellen. Ich bin ich. Es ist schön, hier in dieser legendären Halle, in der doch auch mal so richtig Hand angelegt wurde, gemächelt wurde, gepacknet wurde, können wir unser Handwerk präsentieren. Ein feines Handwerk, ein wenig feinere Materialien. 45 Lernende, 44 Frauen, ein junger Mann, präsentieren euch eure Mode, eure Jungmode. Es ist also nicht die Mode von diesem Sommer oder von nächsten Herbst. Nein, es ist auch hier eben das individuelle, persönliche, das wir darstellen wollen. Das breite, grosse Arbeiten von unseren kleinen Gestalterinnen. Angefangen mit dieser Modenschau haben wir bereits letzten Herbst. Anfang September haben sich die Lernenden betätigt als Designerinnen. Sie sind hingeholt und haben ihre Entwurfskizzen gemacht. Vorgegeben nach Themen. Diese Themen konnten sie vorgängig auch selber wählen. Sie haben skizziert, ihre Ideen auf das Papier gebracht. Es ist eben die Modezeichnung entstanden. Mit dieser Zeichnung sind wir dann auf Stoffeinkauf. Als Gesamtschule, per Gar, sind wir in die Ostschweiz rausgereist. Sie sind dort, ich kann es fast nicht anders sagen, ein Stoffladen stürmen. Ich könnte euch ja vorstellen, 45 junge Leute mit ihren Ausbildnerinnen in einem Laden. Das ist da auch etwas gegangen. Und ich denke, voller Freude sind wir dann mit grossen Säcken, schön vollen Stoffen wieder nach Hause gekommen. Nach dem Einkauf hat es dann gestartet mit zu arbeiten. Und zwar ausmessen, dementsprechend Schnittmuster zeichnen, auflegen, zuschneiden und das Kleidungsstück zur ersten Anprobe herrichten. Bei der Anprobe braucht es dann die ersten Änderungen, Anpassungen, damit es schlussendlich so wird, wie man sich das vorstellt. Die Ausarbeitung hat natürlich noch ganz viele Geduld gebraucht. Viele Knöpfe mussten da angenäht werden. Manche längere Naht durchgenäht werden. Also noch viel Geduld und Ausbau hat es gebraucht. Manche Unterstützung der Ausbildnerinnen. Jetzt ist es auch geworden. Und darum gebe ich den Laufstab frei für unsere Lernenden. Einen herzlichen Applaus, dass Sie sich wagen, vorne zu kommen. Und merci du mal! Applaus 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 Applaus